Ja, guten Tag meine Damen und Herren. Gebärmuttersenkung und Blasensenkung ist das Thema heute. Wir arbeiten uns ja quer durch den Körper durch und das ist ein Modul, was wir noch nicht haben, so könnte man es sagen. Gut, alles passiert energetisch. Sie brauchen nichts tun. Ich mache es, es geht dabei um Energien, die ich entferne. Also lassen Sie sich überraschen, wie immer. Bitte ich mal, dass ich mal alle kommen, die interessiert sind. Ich habe hier immer mein System, dass ich von den Menschen dann einen Avatar bilde. Dieser eine Avatar, den behandle ich dann praktisch. Okay, jetzt geht's los. Machen wir erstmal ein bisschen die dunkle Energie weckt. Die haben 90 Prozent meiner Klienten. Ist ja klar, dass es jetzt kein Arzt ersetzt. Da dürfen Sie immer gerne hingehen. Das ist was zusätzliches. Der Gesetzgeber sieht das als Quatsch an, um es ganz klar zu sagen. Und ich sehe es als sinnvoll an und probieren Sie es einfach an. Okay, dann schauen wir mal in den Bauchraum. Da ist schon, also so eine Blasensenkung, Gebärmuttersenkung entsteht durch Ausdehnung der Bänder. Schwangerschaft bei Frauen ist ja so ein schöner Grund. Da werden diese Bänder sehr gedehnt dadurch. Gewicht wäre ein anderer Grund vielleicht. Alter, Altersprozesse, die auch da hineinspielen. Also verschiedene Gründe gibt es. Und die Blasen und beziehungsweise auch die Gebärmutter hängen an solchen Bändern im Bauchraum. Wenn es nicht der Fall wäre, wenn die so platt rumliegen würden, dann würde das alles nicht funktionieren. Gerade bei der Blase ist ja klar. Und wenn die so wie ein Pfannkuchen da unten im Beckenraum liegt, dann ist sie relativ schnell gefüllt. Dann muss man ständig auf die Toilette gehen. Und bei der Gebärmutter, wenn sie flach liegt, dann ist es auch nicht richtig gut. Also die Bänder müssen einigermaßen straff sein. Dass sie jetzt nie ganz locker sind, ist ja auch klar. Aber die sind dann so ein bisschen ausgeleiert, wäre das vielleicht der richtige Grund. Ist eigentlich ein physikalisches Problem, muss man auch deutlich sagen. Aber ich glaube, man kann da energetisch ein bisschen was machen. Also alle Energien, die in dem Bauchraum unter Leib sitzen, von meinem Avatar, nehme ich jetzt vollständig aus dem System jetzt heraus. Also die Männer könnten sich das auch ansehen, muss man deutlich sagen. Also eben nicht für die Gebärmutter, eben für die Blasen. Aber den Teil, ich mache es ja beides zusammen. Insofern wäre das auch ein Thema für Männer. Alle Energien, die da sitzen, befähle ich ins Licht. So. Ein bisschen was hat das auch mit dem Erbe zu tun? Bitte um Löschung des Kammers der Mutter. In allen Dimensionen allen Zeiten Löschung, falsche Löschung, mit dem Geister und Schultersgleich. Mutter Großmutter bitte um das 나올 thing das completo, umaccord. In allen Dimensionen einen Zeiten Löschung, falsche Löschung, mit demが der Schultersgleich und Urgroßmutter bitte um Linien die Kammer aus der Urgroßmutter und allen weiblichen Vorfahren in allen Dimensionen alle Zeiten Löschung, falschungen, falsche Löschung, mit dem Geister und Schultersgleich. Bitte um die Wochenes der Vaters geht um die Vater-Linie. Da sind ja auch Mütter dazwischen. Bitte um Um Löschung des Vaters in allen Dimensionen, allen Zeiten, Löschung, Verschung, Löschung mit dem Gehirn, das Schulgesetz gleich, Vater, Großvater, bitte um Löschung des Kammels des Großvaters. Allen Dimensionen, allen Zeiten, Löschung, Verschung, Löschung mit dem Gehirn, das Schulgesetz gleich, Urgroßvater, bitte um Löschung des Kammels des Kammels des Großvaters und allen männlichen Vorfahren. Allen Dimensionen, allen Zeiten jetzt hier und sofort. So, jetzt gehen wir mal auf die Bänder. Bestehen, ich würde hauptsächlich sicher aus Sehnen, Muskeln sind da nicht drin, aber wenn man das so im Bild habe ich schon mal gesehen, das sieht so wie so Fleischschwärzen aus, hätte ich fast gesagt, also Muskeln, die ja ein bisschen umhüllt sind. Dann machen wir mal die auf der rechten Bauchseite, alle Energien, die auf diesen beiden Bändern, ich glaube es sind insgesamt vier, kann aber auch andere Zahl sein, alle Energien, die auf diesen Bändern sitzen und da nicht hingehören. Natürlich gibt es in diesen Bändern, für mein Gefühl, auch sowas wie Selbstheilung und das wollen wir ja aktivieren, indem wir diese Energien rausnehmen, die da störend sind und die Selbstheilung kann richtig nur arbeiten, wenn da störende Energien entfernt sind. Nochmal den Satz nochmal mit gleichem Inhalt, alle Energien, die da draus sitzen, befehle ich ins Licht. Ich kann die Bänder auch mal rausnehmen, mal in meinem virtuellen Wasser waschen. Bei mir geht es ja immer um Energien und die zu entfernen, damit der Körper wieder selber heilen kann. Ich kann die Bänder auch mal rausnehmen, damit der Körper wieder heilen kann. Ich bin immer noch auf der rechten Seite. Das fühlt sich schon ein bisschen besser an. Jetzt gehen wir auf die linke Seite. Es kann sein, dass die Blase extra Bänder hat, wenn die Gebärmutter und Blase unterschiedliche Bänder hat, aber die schließen wir mal mit ein. Also, dass beide so vier Bänder haben, das weiß ich aber nicht genau. So, nehmen wir diese Knödel auch, waschen das durch. Alle Energien, die da draus sitzen, befehle ich ins Licht. Das fühlt sich schon mal gut an. Gut. Diese alte Spannkraft wieder in diese Haltebänder kommt. Ich habe das schon mal erzählt. Man kann das auch operativ machen. Nach einer schweren Schwangerschaft wird das ab und zu, glaube ich, auch mal operativ gemacht, dass dann die Bänder nachgespannt werden oder gekürzt werden. Das gibt es. Das ist aber wie bei so einer Hautoperation, wo man eine Gesichtsstraffung macht. Was natürlich hinzubekommen ist, ist natürlich immer das Beste. Jetzt muss ich diese Haltepunkte, da machen wir eine kleine Energie rein. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Das ist diese Haltepunkte nochmal, energetisch freimache. Von diesen Haltepunkten aus geht ja diese Energieversorgung dieser Bänder. Die werden ja auch ernährt in ihrem gewissen Maße. Die sind ja, brauchen trotzdem ja Erneuerung, Zellerneuerung praktisch. Auch wenn die wahrscheinlich langsamer vorstanden geht. Deswegen besteht auch eine gute Chance, dass es wieder besser wird. Also das ist sicherlich auch ein Video. A, sollte man das mal öfter schauen. Und B, braucht es auch, wie man so schön sagt, eine Tüte Geduld, dass diese Straffung wieder reinkommt. Und das kann nur die Zellerneuerung dann hinbekommen. So. Ich kann ja mal testen, wie lange es dauert. Also ich kriege so zwei Monate. Zwei Monate, wo man das Video relativ häufig sehen darf. Muss, muss man gar nichts. So, und dann machen wir alle Bänder mal zusammen und nehmen aus den Bändern die entsprechende Zelle heraus. Und wenn wir die Zelle mal frei machen. Die sich da zur Bandform geformt hat, natürlich. Alle Energien, die da drin sitzen, befähle ich ins Licht. Die da nicht hingehören, natürlich. So. Gut. Also eine gute, ausgewogene Ernährung ist Basis eines gesunden Körpers und einer gesunden Sehnen und so weiter. Also wenn man jetzt beispielsweise Nägel hat, die dann weiß sind oder sonst welche verschrumpft, Obelungen drin sind, dann kann man sagen, okay, da hat irgendwas, entweder war es einen Schock, dann gibt es diesen weißen Nagel, Rand, der dann rauswächst wieder oder die sehen komisch aus. Das ist so ein bisschen ein Hinweis darauf, bin ich gut ernährt. Kann man an den Nägeln sehen. Die müssen also so ein bisschen rosa aussehen, so gut durchblutet, die Nägel müssen gut nachwachsen. Dann ist man, glaube ich, in guter Gesellschaft, dass man von allem was bekommt. Eine Mangelernährung ist für den gesamten Körper hinderlich. Das ist nur mal als Anmerkung und natürlich auch für die Bänder hinderlich. Das ist ja das Thema jetzt. So. Das habe ich gemacht. Dann brauchen wir mal Bitte um Löschung des Kermas von 20 bis 30 von meinem Avatar in allen Dimensionen, allen Zeiten in Löschung, inablochung, bei unpremieres Kermas, 30 bis 40 in allen Dimensionen, in allen Zeiten, mit Löschung, mit allem Russland, mit簡äisch gering aus der Schuldersgleich. Und 40 bis heutiges Datum bitte um Löschung des Kermas 40 bis der heutiges Datum inwwww lowîes Kermas Schichtsschwankungen, Auf- und Zunahme oder was das alles so gibt. Schauen wir mal, gibt es noch irgendwas anderes zu tun bei diesen Bändern? Wie fühlt es sich jetzt an? Ganz gut, ganz gut. Ja, gesunde Ernährung habe ich erwähnt. Ein bisschen Bewegung ist der nächste Part. Je mehr das Blut besser mal durch den Körper kreist, desto besser werden alle Organe versorgt. Und das gehört auch dazu. Alles, was an fehlender Bewegung verursacht wurde, das nehme ich jetzt nochmal raus. Und alles, was dazu führt, dass durch ausreichend Bewegung der Körper gut durchblutet wird und durchflutet wird. Und auch die Sehnen und Bänder entsprechend versorgt werden, das spiele ich nochmal ein. Ich wäre jetzt nicht drauf gekommen, aber durch diese Bewegung, was es braucht, ist Luft. Das war die Info. Also es braucht Sauerstoff. Tiefes Atmen. Also auch mal sich heftiger zu bewegen. Alles, was verhindert, dass wir tief ein- und ausatmen, nehme ich aus dem System von allen Beteiligten jetzt raus. Und alles, was dazu führt, dass wir tief atmen und ein- und ausatmen, also bestenfalls auch mal ein bisschen anstrengenden Sport betreiben. Das spiele ich jetzt ein. Alles, was die Elastizität hinderlich ist oder störend ist, nehme ich nochmal aus dem System der Bänder jetzt raus. Und alles, was dazu führt, dass die Elastizität wieder ihre alte Höchstform erreicht, das spiele ich jetzt ein. Alles, was diese Dehnungsfähigkeit behindert, das ist nochmal dasselbe eigentlich, das nehme ich nochmal raus. Und alles, was die Dehnungsfähigkeit unterstützt, spiele ich ein. Fühlt sich gut an. Ich glaube, das können wir so stehen lassen. Ja, spannendes Thema. Eigentlich ein physikalisches Problem. Die energetische Geschichte ist ja eine Unterstützung, das muss man ganz klar sagen. Aber es fühlte sich gut an. Also lassen Sie sich überraschen, schauen Sie sich ein bisschen länger an. Ein bisschen Geduld braucht es tatsächlich. Acht, neun Wochen, zehn Wochen, bis es eigentlich geheilt sein sollte. Und so lange muss man einfach ein bisschen dabei bleiben und sich selbst was Gutes tun, natürlich. Gut, das soll es sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schalten Sie wieder ein. Mein Name ist Cornelius Van Lessen. Bis bald.